Der V-Redstream Windtrack 4 Extreme ist ein Winterreifen der Premium-Klasse und wurde für Fahrzeuge des Typs SUV und Limousinen konzipiert. Dieses Modell bietet eine komfortable Fahrt und eine hervorragende Traktion bei jeder Situation. Der V-Redstream Windtrack 4 Extreme ist eine Option für Fahrer, die ein hohes Maß an Sicherheit bei harten Winterbedingungen besonders schätzen. Dieses Modell garantiert hohe Leistungen und eine präzise Führung. Das laufrichtungsgebundene Profil leitet Wasser und Schneematt effizient ab und verhindert somit jegliche Möglichkeiten des Aquaplanings. Der V-Redstream Windtrack 4 Extreme steht für einen geringen Rollwiderstand, kurzer Bremswege und hervorragende Haltbarkeit. Vorteile des V-Redstream Windtrack 4 Extreme? Erstklassiger Komfort, kurze Bremswege, präzise Führung. Mehr als 90% der Portalbenutzer von Neo.de empfehlen diesen Reifen.